Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen schon wieder zu einer Pressekonferenz in der englischen Woche. Sehen wir uns hier zum dritten Mal in kurzer Zeit. Schön, dass ihr auch alle da seid. Und diesmal geht es um unser Bundesliga-Heimspiel gegen FSV Mainz 05 am Samstag zur schönsten Bundesliga-Zeit um halb vier in der Schüko-Arena. Eine genaue Prognose der Zuschauerzeit ist im Moment etwas schwer, weil wir gemerkt haben, auch coronabedingt wahrscheinlich, dass wir ein anderes Kaufverhalten haben, dass wir bei den letzten Spielen auch immer in den letzten Tagen, dass das erst so richtig losgeht. Wir stehen im Moment bei knapp unter 18.000 Zuschauern und dann schauen wir mal, wie viele wir am Samstag begrüßen dürfen. Erstmal begrüße ich unseren Cheftrainer Frank Kramer. Frank, schön, dass du da bist. Und auf der verletzten Liste steht ein Fragezeichen hinter Cedric Brunner. Und ansonsten möchte ich gerne noch auf eine oder einige Aktionen im November beim DSC Arminia Bielefeld hinweisen, denn der November steht in Gedenken an die Opfer der November-Pogrome von 1938 und der DSC Arminia Bielefeld wird verschiedene Aktionen von November auch bis Januar durchführen zum Gedenken an die Opfer. Und da starten wir bereits am Donnerstag, den 4. November um 19 Uhr hier im Presseraum mit dem Thema Julius Hesse, der Vereinsfunktionär. Da gibt es einen Vortrag dazu, der ist auch gratis, ohne Anmeldung. Da kann jeder Interessierte gerne hinzukommen. Da wird es verschiedene wiederkehrende Aktionen und Veranstaltungen geben, für die es dann auch Karten gibt. Die sind bald online erhältlich und da werden wir informieren. Dann kommen wir zum Fußball und da geht es wie immer ein Handzeichen und dann bitte eure Fragen. Jan Ahlers, bitte. Ja, Herr Kramer, das Fragezeichen hinter Cedric Brunner. Was genau steckt dahinter? Ist das noch der Rest vom Dortmund-Spiel, den er so ein bisschen mit sich herumträgt? Ja, es ist einerseits die Sehne, das trägt er schon ein bisschen länger rum. Bis jetzt hat er das immer noch ganz gut in den Griff bekommen, die ein bisschen entzunden ist, im Fuß unten. Und das ist das eine. Zum anderen war er jetzt natürlich auch noch zusätzlich noch krank, das ist jetzt zusammengekommen. Und da müssen wir ab heute erstmal gucken, in welchem Zustand oder beziehungsweise in welcher Verfassung der Sehleck da aufschlägt. Dirk Schuster, bitte. Herr Kramer, einerseits hat das Spiel natürlich viel Kraft gekostet, 120 Minuten. Dann auf der anderen Seite haben sich natürlich auch Spieler jetzt empfohlen für mehr. Wird es trotzdem jetzt oder werden sie die große Rotationsmaschine jetzt wieder rückwärts anwerfen oder hat der eine oder andere vielleicht auch eine Möglichkeit und die Belastung so gut weggesteckt, dass der auch jetzt für das Ligaspiel ein Thema sein könnte? Also zum einen, gestern haben wir regeneriert und heute Nachmittag steht dann erst das ST-Training auch wieder an, sodass wir da ein bisschen abwarten müssen, wie in welcher Verfassung die Spieler, die dann auch 120 Minuten gehen mussten und wirklich in einem sehr intensiven Spiel, in welcher Verfassung die Jungs dann sind. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, dass wir da heute und morgen nochmal mit einem wachsamen Auge drauf gucken und auch mit den Spielern uns darüber austauschen, weil es macht einfach nur Sinn. Und auch das hat das Spiel gezeigt, es macht nur Sinn, wenn du 100% intensiv gehen kannst. Das wird uns abverlangt werden und deshalb müssen wir da gucken, dass wir die nötigen Körner dann auch am Start haben. Aber nichtsdestotrotz hat das Spiel in meinen Augen gezeigt, dass alle Spieler, die bei uns da sind, im Kader sind, der kompakt ist, bewusst der auch kompakt ist, dass sie einfach da sind und dass sie auch die Leistung bringen, um dann auch entsprechend sich zu positionieren und auch allen anderen zu zeigen, hey, wenn ich gebraucht werde, dann bin ich sofort da. Also natürlich nimmt man diese Eindrücke mit, natürlich versuchen wir die entsprechend im Sinne der Mannschaft auch einzubauen. Und ja, also die Rotationsmaschine genauso wieder zurückzudrehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es würde ja bedeuten, wir spielen genauso wie gegen Dortmund einfach. Aber ich denke, da haben wir jetzt schon ein paar auch das bestätigt, auch was wir im Training dann immer wieder auch gesehen haben, wo wir auch immer wieder schon angesprochen haben, dass die Jungs da heiß sind. Und das haben sie jetzt gezeigt. Nichtsdestotrotz, klar, es können nur elf spielen. Das ist immer der Nachteil beim Fußball. Jan, bitte. Ja, noch einmal zu Patrick Wimmer im Speziellen. Da haben wir vor ein paar Wochen ja angefangen, glaube ich, mit einer Halbzeit Vollgas und dann ein bisschen dosieren, zurücknehmen. Jetzt hat er sich 120 Minuten durchgekämpft, hatte ja auch noch Kraft für eine schöne Torvorlage in der 90. beziehungsweise kurz vor der 90. Wie überrascht waren Sie, dass er das so lange gehen konnte und wie hat er sich gestern in der Regeneration präsentiert? Und braucht er jetzt auf jeden Fall eine Pause? Oder ist er tatsächlich auch vom Fitnesslevel jetzt so weit, dass man sagen könnte, der könnte auch Samstag wieder anspielen? Ja, das müssen wir sehen. Also das sind genau diese Fälle, wo man halt genau gucken muss, wie frisch präsentiert er sich dann heute und morgen. Wir sind froh darüber, man kann trainieren und man kann Daten einsammeln, wie man will. Letztendlich ist die Praxis das, was es dann zeigt. Und wir sind froh darüber, dass er einfach da einen klaren Fortschritt auch gemacht hat. Diese Intensität, die er nun mal immer geht und die er auch gehen muss für sein Spiel, dass er die dann eben auch über 120 Minuten mit kleineren Auszeiten dann aber 120 Minuten gehen konnte. Das ist für ihn natürlich auch ein wichtiger Wink, dass er nichts drin behalten muss, sondern dass er das von Anfang bis Ende dann auch durchziehen kann. Jan, bitte weiter. Zu Fabian Kloos, der ja das wichtige Tor gemacht hat, ist jetzt die Frage, empfiehlt er sich damit wieder für die Startformation oder bestätigt er damit das, was sie ohnehin von ihm dann erwarten als Joka, nämlich dass er genau diesen Impuls nochmal bringen kann, wenn er ab der 60. oder 65. kommt, indem er dann nochmal die Kraft hat, da gegen die Verteidiger sich durchzusetzen, so ein wichtiges Tor zu machen? Ja, also einerseits Fabi ist natürlich immer auch jemand, den wir für die Startelf im Kopf haben, das ist doch ganz klar. Also er ist ein wichtiger Spieler für uns und für die Mannschaft und deswegen natürlich immer eine Option. Nichtsdestotrotz hat man schon gesehen, als er dann kam und jetzt auch in den letzten Spielen, immer als er kam, kam er halt nochmal richtig wucht, weil er frisch war, weil er dann eben auch sich keine Gedanken machen muss, wie lange das Ganze dann bei dieser Intensität geht. Ja, und ja, das hat man jetzt gesehen, was da dann noch kommt. Und das ist natürlich für die Mannschaft extrem wichtig, wenn es dann in die Endphase eines Spiels reingeht, so die letzte halbe Stunde, wo es dann halt wirklich, wo die Spiele dann oft entschieden werden auch. Und da hat er jetzt auch gezeigt, dass er einfach ein wichtiger Faktor ist. Das hat man bei anderen Spielern über die letzten Jahre eben auch schon gesehen. Oder jetzt, wenn man den Pokal anschaut, auch da Spieler, die reingekommen sind, haben dann immer wieder mit ihren ersten Aktionen, weil sie frisch waren und die Wucht hatten, dann auch das Spiel entschieden. Also beides natürlich eine Möglichkeit. Dirk? Ich möchte noch eins dazu sagen. Nichtsdestotrotz sieht man natürlich, dass wir uns was denken dabei. Und dass der Fabi den Weg natürlich auch zu 100 Prozent mitgeht. Das ist ja auch wichtig, weil ein Spieler muss natürlich da auch mental bereit dafür sein. Und ich glaube, dass beide Faktoren einfach unheimlich wichtig sind. Erstens, dass der Fabi das so entsprechend dann auch annimmt. Und zweitens, dass wir natürlich das auch wissen, dass wir ihn da voll am Start haben dann. Fabian Klos ist ja jemand, der das Publikum auch mitnehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, sagen Sie, es ist ein Faktor, eine Überlegung, es gab ja die eine oder andere Unmutsbekundung auch gegenüber Janni Serra dann im Verlauf der ersten Halbzeit, dass man auch diesen Aspekt berücksichtigt, dass man das Publikum braucht, gerade in so einem wichtigen Spiel, wo der Knoten ja platzen soll. Und dann eben vielleicht dann doch in dem Augenblick sagt, den Fabi brauchen wir eben als dieses Zugpferd in der Partie. Also wir brauchen unsere Fans immer, egal in welcher Phase, egal wer auf dem Platz ist, brauchen wir diese bedingungslose Unterstützung, weil das die Jungs einfach pusht. Und weil das sicherlich dann auch nochmal, was die Leistung betrifft, einfach so ein kleiner Booster ist unbedingt. Also diese Atmosphäre, diese bedingungslose Unterstützung brauchen wir für jeden unserer Spieler. Man hat übrigens jetzt auch gesehen, auch Janni Serra hat das wirklich gut gemacht, als er gekommen ist in Mainz. Und Gott sei Dank, weil es tut ihm natürlich auch gut, wenn er gute Aktionen hat, gute Situationen hat und sieht, dass er das besser kann, auch in Spielen besser kann, als er das vielleicht gegen Dortmund gezeigt hat. Aber natürlich, klar, ist es immer ein Faktor, die Zuschauer mitzunehmen. Das macht man in allererster Linie als Team im Gesamten durch seine Herangehensweise. Das spüren die Zuschauer, wenn die Spieler alles geben. Das hat man jetzt ja auch vorgestern, dann nach dem Spiel auch gesehen mit den mitgereisten Fans. Ich glaube, das war einfach wirklich ein Pokalfight, den wir da geliefert haben. Und ja, da kriegt man die Zuschauer immer auf seine Seite. Und genauso müssen wir es jetzt am Samstag angehen. Jan bitte und danach Mareike Zecke. Haben sich da bei Ihnen jetzt vielleicht zwei Stürmerpärchen gefunden mit Brian Lasme und Florian Krüger sowie Fabian Klos und Yanni Serra, die ja jeweils dann ähnliche Stärken ungefähr einbringen und die dann auch auf den Platz gezeigt haben, Lasme und Krüger mit ihrer Schnelligkeit. Klos und Serra dann schwer zu verteidigen aufgrund allein ihrer körperlichen Statur, ihrer Präsenz im Strafraum. Ja, Pärchen. Ich glaube, im Leben so ist das Wort Pärchen natürlich ein bisschen mehr angesagt, als es auf dem Fußballplatz. Wir haben vier Stürmer, bei denen jeder seine Qualitäten hat und die natürlich auch was taktische Aspekte betrifft, also immer in anderen Formationen zusammenspielen. So wie wir das auch über die ganze Saison schon gemacht haben, müssen wir immer gucken, was am besten zusammenpasst und wie wir dem Gegner dann am meisten weh tun können und Tore schießen können. Also von dem her, jetzt von festen Pärchen zu sprechen, die gehen ja auch nicht Händchen halten durch die Stadt. Also von dem her, würde ich davon abraten, da sowas ins Stein gemeißelt zu sehen. Die Jungs haben es gut gemacht, in welcher Konstellation. Das ist am Samstag auch immer dann wieder auf die Piste gekommen. Sie haben es gut gemacht am Dienstag und da müssen wir schauen, was am besten passt. Aber ja, wir haben verschiedene Ansatzpunkte und das hat man jetzt auch gesehen, dass der Kader es dann eben auch hergibt. Herr Kramer, Sie haben eben gesagt, eine Sache, die Sie und auch die Mannschaft auf jeden Fall noch mal mitgenommen haben, ist, dass man halt tatsächlich immer 100, am besten 120 Prozent damit in so ein Spiel gehen muss. Gibt es noch weitere Merksätze, will ich Sie mal nennen, die Sie aus dem ersten Spiel gegen Mainz mit ins zweite nehmen können, vielleicht auch in Bezug auf die Spielweise von Mainz? Ja, man hat das schon gesehen, dass Mainz natürlich einfach auch extrem intensives Spiel pflegt, dass man da jede Sekunde hellwach sein muss. Man hat auch gesehen, wie schnell sie auslösen können, wenn man eben in der Defensive auch mal unaufmerksam ist oder das entscheidende Duell nicht für sich entscheiden kann. Dass einfach die Antennen wirklich immer ausgefahren sind müssen. Alles, was man ihnen so ein kleines bisschen gibt oder wo man ihnen die Tür aufmacht, sind sie sofort da. Und das war der Fall. Und trotzdem, dass wir uns viele Möglichkeiten erarbeitet haben, haben wir eben auch zu viele auch hergegeben. Das muss man schon auch sagen. Mainz macht das wirklich gut. Sie haben diese Momente, wo es dann einfach sofort durchschießt. Und da müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein. Und das haben wir gespürt. Und das müssen wir am Samstag sicherlich besser machen auch. Dann schließe ich da direkt nochmal an, weil Sie gerade auch nochmal die Defensive angesprochen haben. Inwieweit oder mit welchen Gedanken spielen Sie da gerade so, wie die zukünftige Defensive des DSC aussehen könnte? Ja, wir sehen ja die Zukunft. Wenn man jetzt anschaut, unsere drei beziehungsweise fünf defensiven Spieler, die am Dienstag auf dem Platz waren, wenn man guckt, wie viele Bundesligaspiele die haben, da ist der Amos mit weitem Abstand der Erste. Und wenn man das Alter anschaut, da sprechen wir von 20 bis 23, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist es ganz normal, dass du da immer wieder auch mal Lerneffekte hast, wenn irgendwas nicht so hundertprozentig passt. Also ich denke, im Großen und Ganzen haben wir das gut gemacht, aber eben in diesen einzelnen Momenten müssen wir eben auch noch wuchtiger, aggressiver und präziser auch verteidigen, weil so eine Mannschaft auch wie Mainz, die brauchen halt nicht viel. Und wenn sie ein bisschen Luft haben, dann reicht es halt oft auch schon. Und deshalb müssen wir vor dem eigenen Tor einfach da noch konsequenter und klarer sein, genauso wie wir es vor dem gegnerischen Tor noch besser verwerten müssen. Jan? Wenn Sie mehr Konsequenz, mehr Aggressivität fordern, Guillermo Ramos sprechen Sie wahrscheinlich nicht direkt an, oder? Dass er noch aggressiver werden soll, oder? Der bringt ja schon von Haus aus eine Menge mit. Und da habe ich so das Gefühl, da braucht man auch den Schiedsrichter, der das entsprechend ein bisschen mitmacht, oder? Ja, beim Guy geht es, glaube ich, mehr um Kontrolle dann in Aktion. Er fährt halt alles mit 100 Prozent, und das ist bei ihm eine Menge, die 100 Prozent. Und da gibt es dann schon eine Balance auch zu finden, ganz klar. Sodass man einen Schiedsrichter nicht dazu braucht, sondern den Ball. Dirk, bitte. Wir haben gerade auch über Amos Pieper gesprochen. Das ist ja ein Spieler, der sich, glaube ich, sehr viele Gedanken auch macht über seine eigenen Leistungen, auch sehr selbstkritisch mit sich umgeht. Und jetzt auch den einen oder anderen ja Fehler drin hatte in den Spielen, was er auch offen zugegeben hat. Und wo man auch den Eindruck gewinnen konnte, dass ihn das beschäftigt. Ist es ein Spieler, wo Sie sagen, den brauchen wir unbedingt auch eben wegen dieser größeren Bundesliga-Erfahrung? Oder ist das auch ein Kandidat, wo Sie sagen, vielleicht tut einfach mal eine Pause für ein Spiel ganz gut, einfach um den Kopf mal freizukriegen und dann wieder frisch zu sein für die nächste Partie? Ich denke, wie Sie schon erwähnt haben, der Amos, der ist sehr kritisch, auch mit sich selbst und sehr lernwillig und lernfähig. Also deswegen, wenn da aus körperlicher Sicht nichts dagegen spricht, dann glaube ich schon, dass wir den Amos da brauchen, eben in der Top-Verfassung. Ja, ganz klar. Also da baue ich ganz klar auf den Lerneffekt bei intelligenten Spielern. Jan, bitte nochmal. Noch ein etwas anderes Thema. Die Corona-Fallzahlen nehmen ja gerade wieder deutlich zu. Die Dynamik geht irgendwie stark nach oben. Wie sehr beschäftigt Sie das? Ist das bei Ihnen selbst schon Thema? Haben Sie da irgendwie Sorgen oder auch Ihre Arbeit auf die Branche Fußball betreffend, dass das doch nochmal ein härterer Winter vielleicht werden könnte? Wird es werden. Aber nicht nur aufgrund von Corona, sondern eben auch, das sieht man ja jetzt, weil die Grippewelle ganz anders zuschlägt, viel mehr Leute erkältet sind, weil wir halt durch die Masken und alles, was halt die letzten eineinhalb Jahre oder noch mehr passiert ist, einfach nicht mehr ganz so resistent sind, auch gegen alle anderen Viren. Und natürlich ist das etwas, was wir, gerade wenn du jede Woche oder dann dreimal in der Woche dann auch abliefern musst, natürlich nicht brauchen können in der Mannschaft. Also deswegen, ja, da macht man sich Gedanken drüber. Ja, wir müssen einfach ganz, ganz konsequent die Vorsichtsmaßnahmen, die müssen wir einhalten, die Hygienemaßnahmen. Und ja, wir müssen sehr diszipliniert sein. Und ja, das gilt natürlich in besonderem Maße in so einem Mannschaftsverbund, wo man einfach sich nicht gerade wirklich aus dem Weg gehen kann. Gilt natürlich trotzdem auch für alle. Also mit den Ärzten, wenn ich spreche, die sagen, die Praxen sind voll mit Patienten, die einfach in verschiedene Infekte sich jetzt einfangen. Und das ist halt was, wir sehen es jetzt auch, immer wieder mal ein Spieler ist so ein bisschen angeschlagen. Bringt natürlich auch mit sich, dass man sich da Gedanken drüber macht. Und wir müssen alle sehr diszipliniert sein und müssen schauen, dass wir immer alle an den Start bringen auch. Gibt es noch weitere Fragen? Dirk, bitte. Die DFL hatte ja kürzlich bekannt gegeben, dass die durchschnittliche Impfquote ungefähr bei 90 Prozent liegen soll in der Bundesliga bei den Clubs. Können Sie da sagen, dass das eine Zahl ist, die auch so bei Arminia Bielefeld oder auf Arminia Bielefeld zutrifft? Oder liegt man drunter drüber? Wir haben eine gute Impfquote. Wirklich eine sehr gute Impfquote. Mit Zahlen, das würde ja schon wieder Spekulationen in alle Richtungen anregen. Das finde ich jetzt nicht angebracht. In so einer großen Untersuchung ist das okay. Aber wenn es dann um einen kleineren Kosmos geht, glaube ich, dann passt das nicht. Keine weiteren Fragen oder noch ein letztes Händezucken? Dann sage ich vielen Dank. Wir sehen uns wieder am Samstag, halb vier, Schüko Arena gegen den 1. FSV Mainz 05, diesmal in der Bundesliga. Wir freuen uns drauf und hoffen auf ein positives Ergebnis für unsere Mannschaft. Bleiben Sie alle gesund und auf Wiedersehen.